Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 mit dem Virus. Diesmal in Baku, in Aserbaidschan, scheiß Strecke wieder mal, aber mal gucken. Training, Sonnenschein, Qualifying, Sonnenschein, Rennen bewölkt, aber kein Regen. Cool. Können wir ja beruhigt rausfahren. Naja, ach naja, auch im Ein- und-Mitte-Kanada war da auch nicht schlecht mit Regen, ne? Das hatte da auch mal was. Ja, ja, lief erst und nicht schlecht, das stimmt wohl. So, was hab ich denn vor mir? Wer ist das dann? Sainz, Projean. Alles klar, mit weißen Reifen. Alter, schönes Hochhaus da vorne rechts. Krasses Pferd. Oh, komm. Die Boxenausfahrt ist echt. Der fährt wieder eine Wichse zusammen, der blöde Hund, ey. Dann bleib ich lieber dahinter. Na, wahrscheinlich weiß er, wen er hinter sich hat, deswegen macht das. Oh, blöder. So, jetzt hab ich ihn aber. Musst du abbremsen. Das war mir jetzt wurscht. Warum kriegt er nicht die blaue? Ja, weil's Training ist und keine Überrundung. Alter, dein Ernst? Dein Frontfliegel hat etwas anbekommen. Jeff, sei ruhig. Du musstest ja schon eine Ausfahrt nehmen. Die Kurve grad nicht so richtig, wie ich's dir kriegen wollte. Na, guck. Ja, wenn man hier den Bremspunkt richtig trifft, kann man so schön fahren hier. Aber hier am Schloss hoch, das ist schon, an der Burg hoch, das ist schon echt kriminell. Holla. Gerade voll das Evil-Knievel-Manöver gemacht hier, ey. Dass ich da nicht draufgegangen bin. Boah, 317, 18, 20, 1. 2, 22, 23. Ja, 3, 22. Mehr ist hier aber auch echt nicht drin, wenn man nicht geradeaus fahren will. Ui, ui, ui. Dass ich da noch rumgekommen bin. Krasses Pferd. Mal gucken, was man hier auf den Weißen reißen kann. Höh, fragt sich. Ich merk's. Ja, zu früh zu viel vom Gas gegangen. Ach, ärgerlich. Jetzt hier wieder beim Schloss hoch. Oh, der Daniel. Wir hatten mal die Bestseite. Gucken, wenn wir mal, ob wir da mithalten können. DRS an und gib ihm. Oh, Palma. Palma der Mallorca. Blöder Sack, ey. Boxenstopp. Jetzt hier war mal zusammen, der knellig, ey. Oh, jetzt wird's voll. Hallo, Alonso. Ja, hier ist auch nicht wirklich viel Platz zum Überholen, außer auf den langen Geraden, kannst du sagen, ne? Ja, ja. Die Kurve musst du echt einzuklemen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber auch schön zu fahren, die Schrecke. Ja. Das musste ich natürlich früher bremsen, aber ich wollte ja eh in die Box fahren, deswegen ist es eh wurscht. Soll der Ocon fahren. Nein, nein, nein. Hahaha. Fährst du noch eine Runde? Ich fahre jetzt rein, hol mir einen anderen Satz Reifen und wollte dann noch eine Runde fahren, ja. Wieso, was hast du gemacht? Grundspoiler, also ich komme jetzt rein. Ja gut, bin mal gespannt, ob sie sich schon reingeschoben haben, wenn ich komme. Ach, kacke Mann. Ah, viel zu früh den Boxenbegrenzer reingemacht. Das ist hier wieder bei der Strecke wieder Kacke. Jo, dann warten wir halt. Jo, da sahen wir den kaputten Spoiler. Guck mal, da ist der Camillo gerade reingekommen. Ja. Hat ja fast gepasst, ne? Jo, aber nur fast. Erstmal werden die Bremsen gekühlt. Oh, diese Warterei. Also dieses Hochhaus sieht echt interessant aus. Okay. Na guck einer an. Mit den Glasdings an der Seite und so, jo. 9 von 20, 10 von 20, das geht noch. Dann haben wir noch 52 Minuten, dann eine Runde fahre ich auch noch. Oder zwei Runden. Oh, das passt da, genau. Setup. Ja, das ist die Frage. Get up and set up for your right. Ich bin dann da ein bisschen. Ich dachte, der legt da von alleine, ey. Hm. Ich bin gerade am überlegen, wie ich mein Setup einstellen soll. Na komm, ich probiere das Setup mal. Dass ich dann sachbessere Kurvenlage, weniger Höchstgeschwindigkeit. Mal gucken, ob das hier so gut ist. Mal schauen. Weil hier gibt es ja doch ziemlich lange Geraden. Nja. Oh, ist die Strecke voll. Allalala. Gut, dass ich vor mir Platz hab. Ich kann auch nicht mehr, Kahn. Nee, du hast richtig Platz. Na, die inneren Curbs hier bei der Strecke, die sind echt hoch. Also hier hätte man das, äh, GP, wie heißt das jetzt? GS-Fenster, hätte ich schon mal eher gehen können hier. DRS. DRS. Scheiße. Zweite Ausländerung. Vor allem bei dieser Strecke ist halt sehr interessant, weil es hier nur zwei DRS-Zonen gibt. Oh. Oh. Voll rechts rot. Ah, ah. Uhu. Joll. Holla, die Waldfee. Mal im Pingpong gespielt gerade. Ja, das hatte ich vorhin auf der langen Ragen, Sizilien. Mhm. Deswegen hatte ich einen roten Spoiler da. Das war hardcore. Und ich glück, dass ich mir nichts anderes kaputt gefahren hab. So, wollen wir mal gucken. Was für eine Zeit war rauskriegen. Ja. Also, die Stadt ist auf jeden Fall schön. Also, Baku kann man echt nicht motzen. Sieht echt gut aus hier. Ja. Also, machen wir das mal in den ersten Mal. Okay. Das war nicht. Ich bin gleich. Also, ich bin jetzt. Ich bin jetzt halt so. Ja, ich bin jetzt mal in den ersten Mal. Und ich bin jetzt. Ja, bei der Strecke muss man sich echt konzentrieren. So, lange gerade, wollen wir nochmal gucken. Go, Johnny, go. Nehmen wir Boxen Stop. Oh, da habe ich mich gerade erschrocken. Ach, du verdammte Kacke, Mann. Das wäre eine neue Rundenzeit gewesen. Ach, jetzt habe ich die Session. Ach, da habe ich mir die Reifen kaputtgefahren. Ich habe vergessen, dass ich die roten Spoiler hatte. Und da kamen... Guck dich dann hoch. Ich weiß nicht, wo habe ich hingeguckt. Na, egal. Ach, oh Mann. Na ja, mach's nichts. Ah, boah, nicht tragisch. Ist ja nur Training. Ach, du Gott. Ich hatte eine ganze Sekunde und zwei Hundertstel knapp hatte ich so gut in der Zeit, ey. Boah. Ich hätte wahrscheinlich dein Ding noch geknackt, ey. Nja. Ah, jo. Hm, 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 hm. So. Ja, alles lila, alles gut. Boah, fährst du jetzt in der Box, ja. Yo. Ich könnte zwar noch mal drei Hundertstel schneller sein jetzt, aber ich fahre jetzt in der Box. Boah, wie langsam war denn da? Muss ich kurz vor noch mal bremsen, sonst wäre ich zu schnell gewesen. Ja. Mist. Minus 2,152. Was war das denn? Gleich mal gucken. Ja, schieb mal ein bisschen schneller, Jungs. Ich will mir die Zeiten angucken. Damit wir gleich weitergehen können, hier. Langes Training geworden. Höh. Jo, mach drum. Ne, jetzt hätte ich auch keinen Bock mehr auf die Strecke zu gehen, bei so vielen Autos. So, dann gucken wir doch mal. Zeiten. Ja, guck an. 1,618. Ja, ich kann nichts machen. Ich warte nur noch auf dich jetzt hier. Ja, warte, ich gucke mal eben schnell die, ja, die theoretische Bestzeit der Session. Ja, geht alles noch besser, klar, aber, nee, 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 meine Freunde, das war es jetzt, würde ich sagen, vom Training, vom Baku. Wir sehen uns im Qualify wieder, nicht, nicht? Ja, mit Zeit, mit zum Qualify, Leute, nächster Rennstag. Ciao mit V, euer Virus. Ciao. Ciao.